Musik Angruas seid wieder wohl kennt auf die Zimbach-Horhebene. Jazz-Luzern. Also ist er kennt gehoßt auf den letzten Tagen wohl wichtiger Südtirol Jazz-Festival, wo der Pfarrt der Heuer ist geriefd, wie in der Zimbach-Horhebene. Musik Baldavoradjar, der Direktor vom wichtigen Südtiroler Jazz-Festival, Klaus Wiedmann, ist kennt er zu sehen, bis er in der Zimbach-Horhebene ist. Und hat gesehen, dass es lohnt. Und hat zudem gedacht, dass er einen Treff machen soll, wo ein so ein Festival. Niemand, aber ich halte proprio niemand, hat ihn mit ihm gebeten, als er auskommt, als er der Schümmer der wichtigen Tage vor allem. Wo die Musiker sind, wo die Leute vorhanden, wo die Leute vorhanden, wo die Beichthäuser in Schumann. Ein Schümmer der Weichte, wo das ganze lohnt. Jets ist eine Musik, wo die Leute nicht alle gerne und nicht alle vorhanden, aber die Luzern, da sei wo die Pfarrt der Pfarrt, hat alle gewählt, junge und alte. Aber wir haben nicht so viel gelogen, die Wahrheit zu hören. In dieser Sächse haben wir in der Zimbach eine Musik, wo die Leute vorhanden, ja Lust, aber wo die Leute vorhanden, die traurige Zeiten, wo er das Spiel kriegt. Die Wörter, wo das ein Kind gehört, drauf auf dieser Musik, sind die Sänen von Tagebuch, von Don Josef Pardatscher, wo das geschehen ist, und es gestohnt als Luzern, durch das ganze Kriege. Und sind Wörter, wo da machen, kommen auch die Hähne heute, gelescht heute, wo da in der ganzen Welt sind die Krieger, und wir schauen so in der Television, sowohl bis wir als auch in den Filmen. Aber als die Wörter von Don Pardatscher, wo er redet von Leuten vorhanden, wo er die Namen von Leuten vorhanden, wo er die Menschen vorhanden, wo er die Menschen vorhanden, wo er die Menschen vorhanden, ist es wirklich so, dass man die Hähne hat. Also da, wo das Krieger hat gelegt, kontra Leute, wo er sie härter hat, haben gehakt gehen, und wo der Tradition gemacht hat, haben wir gekauft, haben Kontrabando auch gemacht, warum nicht. Und als er stolz, als er gewohnt hat, schiesst in den Traum auseinander, ist heute, so gut, so lege miteinander, Leute von Tirol, und Leute von Beleschland, und Bier, Zimpern, durch die Mitte, mit so einer alten Zunge, ist etwas, wo er mit dem Mund in will. Und wo er mehr, was viele andere Sachen da, mehr, was alle meine Beurte rauf, mehr, was saß, die sich geschöttert, macht, vorstehen, in Valor, macht, vorstehen, wie Bichte sein Leben in Pazze. Ecco, ich glaube, als man sehr gut beidert, so lege miteinander, an so etwas, wäre es proprio etwas schlimm, aus dem Land von Luzern. Ehm, sperrbar, als Tone von Galen, und, äh, Klaus Wiedmann, und alle diese, die haben geholfen, Diana Maria Kaufmann, äh, der Bürgermeister von Luzern, der Luca, und alle diese, die sind gelegt, durch die Miet, zur Helva, haben Lust, zu tun, an so etwas wieder zu sehen. Um uns ist es wirklich etwas schlimm. Es ist nicht gleich, wo wir, wo wir, der Pingester von Palco, sondern auch, wo alle die Leute, die haben gelöscht, und haben gemerkt, die Hände. Ich muss auch denken, dass der Konzert, die in Tone von Luzern, der Koralle, der Zimbach-Koralle, durchgewühlt, von der Nadia, und das bin dann gehört, vom Palco, ein junges Weib, wo wir, so ein stolz zu haben. An großem, wo es geht, muss man hören, der Marilena de Francesco, wo der Pizze in Ufficio, hat auch gehalten, und unterstützt die Manifestation. Jetzt kommen wir wieder ein paar Wochen. So reden wir wieder von einem Argument, bei dem, in diesen letzten Zeiten, viel Rehen auf Dünsachhohebene und Nettlei auf Dünsachhohebene. Sehbar. Ein Großes. Seht ihr mal kennt, diese Woche in die Zimmbarierde. Alle ein paar Monate, und warum wir wissen, wer es gewalt will, Rehbar vom Paar. kann es auf Dünsachhohebe auf Dünsachheben. Sie wollen, dann, ein paar Videos auf Facebook, wo es geht, in die Bilder, nicht auf Kampurufe. Aber sie sind quasi sicher, dass sie die Bappalle auf Dünsachheben auf Dünsachheben. mit unseren Seiten. Aber wir sehen uns nicht, dass dieses Service eine gewisse Walsh hat, aber unser Andrea etwas hat gesagt. Wir sehen uns sehr, 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 sehr. Was auf der Beine? Ja, ja. Mhm. Bär-O, als viele andere Leute, die auf das Internet gehen, sind nicht getratzt, wo diese lustige Beine, die die Matitae, wo dort alles hergerichtet, gerecht muss man können, wie es doch gar so in der Gewalt Bär-O, zur Händen bloße Leute, die das was wir haben gesagt, in Peer, fotografiert, in der Schuss, in der Gäste oder in der Schweiz genießt mit einem steckigen Schnapp, ohne zu machen und zu machen. Also sind die Kinder getrenzt und haben sie getrenzt und haben sie getrenzt, ohne zu Böllerz. Aber bei einem Kötter unser Andrea Eppes hat die Starrate geboren. Später, der Peer ist passiert, vorgesehen, nicht für unser Land. Bitte, was du bist? Ja, es ist sehr einfach. Wir haben zwei Telekamere, die Fotografie, die Fotografie, die drei Minuten haben, so wie im Kontrollen der Piazzale. Wenn sie, weil sie, weil sie in Tilt sind. Tant ist es, dass sie dann die Zeit des 2001. Alle vier oder fünf Stunden eliminieren wir die Bildung für eine Privacy und auch für eine Pesanzierung. der Sistema. Die Fotografie, die ich in der Tat, die ich habe, war, war, was der Socio. Und dann haben wir telefoniert hier. Das ist, was das, war. Hier war alles tranquilliert, Nessuno si era accorto, il portiere di Notte era in Cucina, ha detto che non mi sono accorto di nulla. Da lì abbiamo ben pensato di postare subito sul social dell'hotel queste foto, che non nascondono per noi un'opportunità anche turistica. Credo che adesso siamo sull'ordine delle 60.000 visite a queste foto, quindi un successo clamoroso che minimamente ci aspettavamo. Questo ci fa piacere ovviamente e il caso e la fatalità, qui a Luserna, qui vicino c'è una mostra tra l'altro molto bella, si intitola Il ritorno dei grandi predatori. L'orso che ti passa qui davanti non poteva che essere un'occasione d'oro per spendere questo territorio, un territorio meraviglioso, dove la natura la fa ancora da padrone. Poi, vabbè, indubbiamente crea qualche allarme e sicuramente c'è qualche polemica. Ora, un malghese anni fa, anziano, mi diceva che il latte è il secondo sangue e quindi a riprova dell'importanza che ha la mucca, il latte, il formaggio, l'alpeggio. Quindi niente da dire, i danni vanno risarciti senza ombra di dubbio, e quindi poi regioni, province, gli organi, i competenti, a mio avviso dovrebbero tenere ben conto. Poi, probabilmente anche l'alpeggio è un po' cambiato, quindi l'orso si trova anche con queste merende notturne, libere, nei boschi, e l'orso fa l'orso, il cacciatore fa il cacciatore, la preda fa la preda. Non credo faccia male al turismo e l'orso, sicuramente fa molto male. In quegli articoli che compaiono in certi giornali usano dei toni drammatici, addirittura parlano di, prendete quell'orso, può attaccare l'uomo, anche il cinghiale può attaccare l'uomo, anche certi cani di certe razze sbranano le persone. Quindi si tratta, secondo me, di utilizzare buon senso e di ridimensionare un po' questa cosa. No, da parte del personale non c'è assolutamente né timore né paura. Qualche turista si preoccupa a bambini, a figli, ma una volta tranquillizzato di giorno non può succedere niente. Sono più di 150 anni che non si registrano attacchi. E anche nelle zone nordiche, su Svezia, Finlandia, Nord America, sono rarissimi gli attacchi che fa l'orso all'uomo. Quindi non percepisco questa paura, questo timore fino all'ora. Avete anche creato dei gadget, delle cose? Eh sì, abbiamo subito preparato la tovaglietta, dove cerchiamo anche di fare un minimo di istruzione, perché spesso e volentieri si ha paura senza conoscere veramente chi è l'orso e cosa fa. Quindi qualche dato per dire che non è pericoloso questo orso è quindi pronta la tovaglietta. Adesso stiamo preparando anche la grappa dell'orso, sarà pronta tra una settimana, quindi cerchiamo di utilizzarlo appunto come opportunità turistica. Abbiamo un territorio che è una meraviglia. L'Osservatorio Nazionale del Turismo dice che gli ospiti che scegliono la montagna come destinazione turistica vogliono proprio venire in luoghi di assoluto relax e di assoluto contatto con la natura. Quindi quale territorio è migliore di questo da spendere? Ovvio che il turista non viene per l'hotel, né per il bar, ma viene per il territorio. Se poi noi riusciamo anche a dargli quell'emozione in più, il mix è completo. Da quel 2 di luglio guardate un po' con più di attenzione sulle registrazioni video. Sì, confesso che adesso controlliamo se per caso lo dovessimo ritrovare. Non è più ripassato, probabilmente è stata una visita di cortesia, speriamo di ricambiarla noi, speriamo che anche lui faccia un altro giro, magari munito di Radio Callar per carità, giustamente. Sì, grazie. Grazie. Dieser Film war im Jahr 1914 in Cimbre, und er hat sich die erste Bote, heute Abend, in der Folge in Cinema, Teatro, Paradiso. Der Film, der sich die ersten Lämpfe von Gjardar in der ersten Weltkriege hat sich später die 23. Lüge in Teatro, in Serrada. Die 22. Agosto, im Zentrum Kongressi, und die 22. Luzern in Luzern. Hertha die neune Abas. Wo dieser Woche ist gestalt, verlassen wir uns gleich gedenkantes, was da wird kommen und zu sehen in dieser Woche. Angross! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.gj.cb-cb-g-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb-cb.